Los gehts. Wir müssen jetzt hier die Stellung einnehmen. Perfekt, die laufen alle in mich rein. Ich bin gegnt, wenn man weg ist. Mega. Wie geil ist das denn? Die sind einfach alle eingelaufen. Oh, Granate geschmissen in den Sack, ey. Echt. Nein. Oh, scheiße. Sorry, Tobi. Ach, wir können uns gegenseitig auch. Ja, Mann. Ach, du hast mich gerade geholt, ne? Ah. Ja, Mann, wir sind jetzt quid. Ja. Der eine hängt direkt in der Ecke, wenn du über den Tunnel bist. Alter, da hat er auch noch eine Granate geschmissen. Warte. Was hab ich denn für eine Granate? Ich bin gar nicht dazu gekommen, die zu schmeißen, echt. S-Rack, S-Rack, S-Rack. Nächste Stellung wird lokalisiert. Bereit machen. Ich wollte gerade schießen, ne? E-S-Rack, Mit-H-M-H-M-H-M-H-M-H-M-H-M-H-M-H-M-H-M-H-M-H. Na, nicht andersrum im Zug oder mit der Ecke hochkleinert. So, nächste Stellung. Alter! Näääääää. Tobi, Tobi! Oh, hinter uns! Scheiße! Zwei Leute, die da hinten. Feindliche Ziele bei der Stellung. Boah, ich glaube, ich gehe gleich doch auf MP. Ach, Scheiße. Oh Mann, sorry, da ist einer in die Ecke. Holt, holt, holt der mich. Ich habe ihn einfach gemessert, sorry. Da ist einer in die Ecke gelaufen und ich wollte ihn messern. Ja, und den habe ich geholt. Ja, perfekt, sorry. Du bist da nach oben gegangen. Phenis Möller, du bist berühlt hier. Aber ist hier jetzt noch einer? Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Ah, Scheiße. So ein Dreckligen. Bedrohung in dem Perimeter. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Alter. Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sichern. Okay, nächste Stellung. Die bewegen sich halt viel besser, Junge. Ja. Ja, oder die werden sich gespawnt da, ne? So oder so. Oh, den halten wir jetzt, Jungs. Den halten wir jetzt. Den halten wir jetzt. Ach, der kam rein in den Messer. Das ist immer lieber ein Messer nehmen. Das ist immer lieber ein Messer nehmen. Ah, shit. Nächste Stellung wird lokalisiert. Bereit machen. Die gehen jetzt schon zur nächsten Stellung. Hier ist Verteidigung, ne? Okay, dann nehmen wir mal die nächste Stellung. Merkst du das? Sobald die nächste Stellung kommt, gehen die auch dahin. Oder wenigstens einer so von dir. Ja, ja. Ach. Geil in den Ecken, ey. Geil in den Ecken, ey. die stellung wird verlegt bereit halten hinter 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 die sind schon da ist es immer gleich die sind bestimmt da oben das sind halt die meisten ja er war so kann man ja gar nicht gewinnen ich weiß gar nicht wo wo die stellungen kommen ja das war ich ich habe mich selber getötet wahrscheinlich war ich habe auf dich geschossen wieder da oben drin keiner passt mal auf okay wieder das gebäude da okay das nächste wieder einer dran und immer steht ein trophy system da ach shit da war noch eine tür kommen jetzt alle von da das ist ja die ganze die eine seite ab wo von dir sechs töte ja bleibt bei dir oh man hängt der da in der ecke ich fasse es nicht ja ja ah fuck Oh Mann. Wo sind die? Mitte sind die. Oh Mann. Alter, der eine durchspringt und lädt sich gleichzeitig schon wieder. Gleichzeitig? Der ist in der Luft, da liegt der schon wieder. Genau. Das sind Spezies. Feindliche Ziele bei der Stellung. Stellung komponiert. Bereich sichern. Gehoben in den Perimeter. Weiter ist er. Feindliche Ziele bei der Stellung. Gebt sich los. Stellung wird verlegt. Bereit halten. Nächste Zwergung schon wieder. Seien cool Leute. Der liegt echt neben dem Schwackel. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Das ist eine knappe Kiste. Na wir müssen die jetzt halten dann. Damit die jetzt ziehen. Scheiße. Ja. Ja. Bedrohung in den Perimeter. Feindliche Ziele bei der Stellung. Ah, ist mein Mann. Hat er sich da versteckt, ey? Nächste Stellung wird lokalisiert. Bereit machen. Die Führung gehört uns. Ja. Ich gehst. 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 Alter, 51 Kills, ne? Läuft, Junge. Das ist cooler Modus, ne? Das ist mal was anderes, echt. Gefällt mich. Hast du gehört? Da kommt jetzt zwei raus, ne? Ja, Mann. Ja, Mann. Los geht's. Wo gehen wir hin? Also ich geh auf B jetzt gerade. Ich guck auch. Ich guck mal Fenster. Ich hab hier ne Granate bei B. Fenster nix. Ach, die sind ja irgendwo abgelenkt. Wenn du tot bist, bist du tot. Aber er war jetzt. Ich hörste. Da war gerade einer, aber. Wo ist der? Hier sind die. Oh, Granate. Granate, nein. Eieiei, das war knapp. Wo sind die? Das war knapp. Die sind hier in der Mitte. Es ist nur noch einer. Ah, ich wollt die Messern, Alter. Töt die. Nein. Der hat nicht. Oh, ich wollt zu viel. Ich wollt die Messern. Oh, Mann. Das Problem ist, wo ist er? Die sind unten. 30 Sekunden. Unten bei A ist der drinnen. Aber der hat keine Bombe, glaube ich. Flinke Hände aktiviert. Ja, du hast der Silent, ja, Mann. Nutz deine Totenstille. Der ist wieder weg oder schon tot? Der ist ja nicht mehr. Und jetzt renn. Renn ihn runter. Irgendwo hier läuft er rum. Aber du hast ein... Ha! Nein! Nein! Der Messer hat! Der Messer hat! Da, da. Das ist... Machst du nix, ey. Ich hab immer lieber mein Messer genommen, ey. Dick zu spät, ich sag. Beim Nix muss Messern, okay. Na, Mann. Rächt dich an ihm. Ja. Wer war das? Keine Ahnung. Cyprix, glaube ich. Hier liegt ne Bombe. Ja, ja. Zank. Sauber, er nimmt die Bombe auf. Ah ne, der Typ hat die Bombe. Ja. Ja. Er läuft zu A. Boah, der hat nix mehr. Ich bin auch weg. An der Seite. Alter. Oh mein Gott, der hat mich gemessert. Was sind das für Spaß, dieses Junge? Einen hab ich. Ich bin auch weg. Und auch du. Ja, du musst die Bombe aufnehmen. Ja, du musst die Bombe holen, Koste. Der ist... Irgendwo da vor dir ist der. Ja. Irgendwo links. Ja, 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 ja. Ah. 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 Alter, das gibt's doch nicht, ja. Du hättest sie geholt. Ja, ne. Olli. Was hab ich? Du hättest die beiden geholt. Weiß ich nicht. Ja, doch. Weiß ich nicht. Ich hab sie noch irgendwie gehört. Ich kenn dich. Ich kenn dich doch. Ich kenn dich doch, Junge. Eben wollte ich für ein Messer gehen, Junge. Ich mach manchmal auch dumme Sachen. Da spiel ich nicht mit Köpfchen, sondern einfach nur mit Mordlust. Total unnötig. Ich hatte ihn schon. Er war quasi schon tot, Junge. Und ich hab auch ein Messer gewechselt und wollt ihn unbedingt messern. Steps? Über uns, ne? Ja. Ich glaub, über uns. Ja, ist wieder ein Geil Braut. Ja. Kosta hat mich angeschossen. Sorry. Nein. Nein. Kommt der von hinten, ne? Ein Messer, ey. Wir haben die Bombe bei Bravo platziert. Nein, der war jetzt nicht so clever. Der war nicht so gut, ne? Nein. Ja, das war jetzt nicht so clever. Wir haben die Bombe entschärft. Wir haben die Bombe entschärft. Ja. Da ist doch! Das hier ist doch. Das hier ist doch. Zeitenwechsel, äh. Suchen und zerstören. Ich geh mal mit der Bombe mit. Besser ist das. Alter, was? Alter, ich hab die nie noch nicht gesehen, ne? Boah, die sind so frech, Alter. Geil. Die sind so frech. Geil, geil, ich wollte mir... Ah, nein, der mit dem Messer, nein, der hat mich. Seid bereit für die nächste. Alter, die sind so frech, die Messer an uns. Jungs, bitte. Arschlöcher, Junge, wie die hier am Lachen sind. Und du hörst ja auch noch Sinn. Naja. Das war ein Potenzial. Ja, das war ein Potenzial. Ja, das war ein Potenzial. Nein. Der hat hier gecampt. Der hat hier gecampt. Ja. Wo ist der? die haben die die bombe ist nur noch einer ich bin da runter ich bin da nicht runter ich bin da gesprungen dann ist die zeit nur abgelaufen ja ja alle hunter eine ladung beim zieh platzieren und es zerstört immer zu b hab zu b nein ja mach mal der ist noch hier irgendwo bei mir hat er sich da versteckt jetzt dahinter ja bist du bei A? ja das mach an 3-3 ja das mach mal ich mach mal mit dem messer mach du was das ich mach ich mach das ja man du machst mit dem messer ne? guuuuut ich glaub langsam komm mal rein so n bisschen ne je mehr leute das sind mit denen man spielt desto besser ne? eben bisschen ausquatsen ne da sie ist nix ok nade hier bei uns oha digga ich bin tot oh nein granate nein das ist für'n sack ey das ist für'n sack ey nein in der mitte meint der da gehen wir zu A oder? nicht rennen du hast Totenstelle ich komm jetzt da oben Scheiße ich wollte ja erst um die Ecke gucken Keiner nimmt die Bombe Keiner nimmt die Bombe ja muss ich ja wieder nehmen okay hier ist alles safe na hinter mir Junge ich glaub die Gmb ich versuch's an ne ja viele waren draußen von oben wird was kommen da muss zum Fenster einer draußen einer drin naja ich bin weg ich bin auch weg der hat nicht der hat nicht der hat nicht der hat nicht in die Ecke geguckt ich hab's gegenseitig erfassen das ist ja cool ich spiel jetzt nochmal mit der MP Junge ich geb nochmal alles ich geb nochmal alles ich geb nochmal alles ich geb nochmal alles und nochmal die MP nehmen okay die hab ich schon gar nicht genommen ich hoffe dass ich schneller als die da bin ich bin fast tot äh wieso wechselt der die Waffe der ist fast bei B oh du bist das guck mal der hat sich dahinter gerockt alter was ist das denn hinter der Tür war der Noten ja man echt 30 Sekunden noch dann grüße mich zu was 10 Sekunden hallo 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 ja dann muss doch um die Ecke sein alter der wollte schon wieder Messern der wollte schon wieder zu viel der Penner hehehe hehehe Runde ist auf 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 dann nochmal gewonnen ja ja komm wir holen schnell das Ding schnell hehehe zwei Runden müssen wir noch holen Koster zwei Runden ja wir dürfen keine verlieren Warte kurz Marcel wir sind hier ja gerade bei dieser Rangliste sind nur zwei Runden was für ein Arschgesicht wir müssen mehr zusammen bleiben letzte Minute ja jetzt fängt alle auf nichts drin gekommen das war wohl nix wie schießt das war's nix Niederlage 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 Gucken dir an Gucken dir an alter echt hintergegangen seid hinter mir geiler 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 ne ja ne ne geiler ne ne Ich war direkt nicht hinter dir, der hat mich auch geholt. Waaats? Voll am Schirm hier. So, einnehmen. Einnehmen bitte. Die haben ja gecampt, die Assis. Die nächste Stellung. Bereithalten. Zielort aktualisiert. Die Stellung einnehmen. Ah, sei gecampt nicht an der Ecke. Ah, so ein Notensohn. Ah, echt. Bei mir auch, ey. Der hat da rumgehockt. Alter, ich schau ein ganz Magazin auf einen und der macht nichts. Das ist ja bloß dreimal und weg. Ich meine, die sind halt krass, ne? Krass, die Leute. Das geht schnell. Heutzutage geht das schnell, ey. Schnell auf der Straße, Tobi. Pass besser auf. Oh, nein. Ah, nein, nein, nein. Das ist doch alles shit, ey. Die Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sicher. Ja gut, bringt ja nichts. Ich kann jetzt nur... Oh, nein. Mich hat einer gesehen. Wir müssen hier rein, Jungs. Einnehmen. Einnehmen. Ja, ist klar, ist klar, ey. Geht schon mal zur nächsten. Ja, da war einer bei der Küche. Ja, der hat mich auch. Oben am Fenster. Alter, die kommen da raus, die zusammen, ey. Ah, guck mal, da in der Ecke. Echt. Ah. Feinde innerhalb des Perimeters. Feinde in der Halt des Perimeters. Feinde in der Fluchkörper im Anflug. Mein Gons. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Einfach zum nächsten gehen. Einfach jetzt straight zum nächsten. Da ist einer. Ah. Da. Mann, der hat mich gemessert. Schon wieder so ein Wichser am Start. Alter. So viele, Junge. Auf den Lange. Nein. Wenn wir so weiterspielen, ist gleich fertig. Ja. Echter. Voll die üble Runde. Wieso warst du gerade weg? Wie? Ich bin einfach rausgegangen. Habe ich doch gesagt, das kannst du mit irgendwelchen Wichsen-Diggern oder Zigeunern spielen. Aber nicht mit mir, Alter. Was ist denn mit dir los, Alter? Was ist denn mit dir los, Alter? Naja, das Spiel, dieser Modus, kannst du wirklich in eine Tonne kleppen. Soll gerade was von ausmachen. Sau, Junge. Hast du das so schlecht gekackt, oder was, Alter? Nee, Alter. Wie kann man mit so einem Bastards-Modus spielen? Mit so einem Bastard-Hobie, Alter. Sind die da einfach nur am Spindeln, Alter? Wie ein Moslem-Snaker, Alter. Hab ich keinen Bock mehr auf. Hast du das Spiel? 20 zu 250. GG's, Boys. GG's. GG's. Auf geht's, Leute. Kopfgeld-Ziele eliminieren. Kopfgeld-Ziele bestätigt. Schaltet sie aus. Sollte, falls jemand sie braucht. Heintliche Drohne über uns. Echt, ich muss pissen, Junge. Dann musst du jetzt durch. Das war echt ganz schnell grad. Seine Kacke. Echt, warst du heimlich pissen? Ja, sicher. Ich hab dir auf irgendein Dach gelegt, der Turm. Ja, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Direkt so neben ihm so'n Eimer, weißt du. Oh, wir haben Kohle. Wir haben Kohle. Wo ist'n Shop? Hinter mir ist einer. Ja. Mir werden keine Shops auf der Karte angezeigt. Mir wird nichts auf der Karte angezeigt. Manipulation. Aber wir unten drunter sind, ne? Ich glaub' aber hier unten war doch auch einer. Ja, hier hinten. Ja. Ne, das ist Buggy bei mir. Ich seh' nichts auf der Karte. Mir wird nichts angezeigt. Keine Mission. Nichts. Hier ist ein Team, ne? Ja, scheiß drauf. Ich will für den Loadout gehen, Mann. Und dann, dann können wir die fighten. Hier ist entgegen, Mann. Junge. Ach. Achtung. Ein feindlicher Trupp hat euch auf dem Schirm. Wieso ich? Ja, heute bist du dran. Bin immer ich. Nein, mach ich dir gar nichts. Irgendwas hast du angeschüllt. Bist du am fighten mit denen, Marcel? Mhm. Ich komme. Kannst du markieren? Die sind zu zweit. Oder zu zweit. Hier irgendwo. Da ist der eine. Ach, Knack-Wennet ist schass. Ich hab' einen noch. Da ist einer direkt drauf. Tobi, geh auf das Schiff und töte ihn denn. Der liegt am Boden. Der müsste hier irgendwo beim Schiff sein. Feinde landen im Einsatzgebiet. Hast du einen schönen Rücken geschossen, Junge? Nice. Was? Na gut. Wo ist der? Ist der abgehauen? Ne, der liegt hier ab. Okay. Hm. Na gut, 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 gut. Let's fall. Ja, ne? Ich dachte schon, spielt mir das ein. Das ist ein bisschen laggy manchmal. Ja, lass mal über den Lodi oben gehen, oder? Der ist ja genau über uns. Wo ist hier ein Seil? Hier ist ein Seil, ne? Hier ist ein Seil. Ja. Okay, also nicht hochgehen. Ein mehr Stück. Da sind drei Leute. Gehen wir hoch? Ja, ich komm runter. Es sind ganz viele, da sind ganz viele. Ah! Hängt ihr oder häng ich? Die kommen jetzt wahrscheinlich runter. Hoffnung. Also, das Spiel hängt irgendwie ein bisschen. Ja, ein bisschen aufhört. Ja. Die Lobby ist einfach kacke. Alter. Ich glaube, wir fliegen jetzt alle gleich raus, ne? Boah. Da oben sind drei Leute. Da hab ich ja noch wieder übernehmen. Das ist China, Alter. Ja, hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott. Das Spiel hängt komplett, Alter. Ja, jetzt bin ich wieder drin. Okay, jetzt bin ich wieder drin. Ah, scheiße. Ich traue immer noch. Hm. hier ist meistgesucht auftrag irgendwo ist ja sicher jetzt erst hier in der toilette bestimmt oder der technisch ja denn eine über uns draußen hier wer irgendwas krasses einfach nix ich muss so pissen alter ist gegangen im weg da war keiner ich kann drohne ziehen aber geht ja moment gar nichts jetzt kommt mal jemand jetzt einige teammitglieder sind noch außerhalb der sicherheitszone hier ist einfach kleiner gelandet sonst ist ja action jackson wollte nicht die kaufen lo die kaufen auf jeden fall alter kann den lo die einfach alleine da holen wenn er bock hat kann er einfach machen wo ist ein shop hier oben da ist es oben unten drunter 110 meter ist da eine ja aber ist er über uns oder unter uns das ist die frage was ist das im tunnel ne ne das ist der der hier oben ist glaube ich in diesem punkt da drin kannst du alleine kaufen ne oh ich behalte das mal hier ich behalte das mal hier hier liegt ne coole hemlock wenn die eine haben will hier liegt ne coole hemlock wenn die eine haben will ich hab ich zieh mal ne drohne ich hab so viele drohnen hier zieh mal ne drohne ich hab so viele drohnen geht so anders da oben fighten welche hier ist noch am snipen hier drinnen ist einer der hat mich sehr viel stein im haus da oben am fenster der macht mich platt jungs seid ihr taub warte der macht mich nein der macht mich platt verbündete konterdrohnen in position jetzt zur sicherheitszone ich hab sie oder ne naja naja ist immer selber kurz sauer geworden ja ne verbündete drohnen online in dem haus ist einer drin der ist oben am dach alles klar alles klar keine scheiße scheiße keine schon Sudan jetzt Very Hier ist gut runter zu gehen, hier haben wir auch nochmal diesen Beinschirmsprung. Verstärkung ist unterwegs zu dir. Halt dir den Rücken frei, wieder Auferstehung wird beendet. Das Gas breitet sich aus. Ne Muni-Kiste, hat jemand eine Muni-Kiste? Kann man die kaufen? Gar nichts, ja. Panzerungskiste, scheiße. Schussverkauf beendet, Reise angepasst. Bleiben wir hier? Ja, ne. Erstmal sind wir hier safe. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Hier ist eine Muni-Kiste, habe ich gefunden. Markiere Feind. Feindliche Drohne über uns. Warte, hier kommt einer runter. Lege hier Muni-Kiste ab. Oh, perfekt Junge. Markiere Feind. Sind wir getroffen? Ja, lass mal in die Zone rein. Ja. Wenn ich jetzt ein Disconnect habe. Ich habe ein scheiß Disconnect. Na, hör auf, hör auf. Bei jeder Runde. Jedes... Jedes... Jedes war ein anderer. Dann stopp. Ich probiere die noch zu holen. Als letzte Amtshandlung. Die haben mir einfach voll Strecker gegeben. Ja, Mann. Ich bin rausgeflogen. Zwei habe ich geholt. Ach, Mann. Boah, ist das ein Scheißspiel. Ach so, ich komme nicht mehr wieder. Oh, cool. Kauf mich mal. Kosta, kauf mich. Geht zum Shop. Wo ist das Shop? Nochmal hier unten oder noch? Kauf mich. Äh... Korrekt. Ich empfehle euch, die Sicherheitszone aufzusuchen. Wie macht das, Jungs? Oh, meine Waffe. Was schießt denn davon? Hinter uns oder was? Alter, ey. Ich fliege dich wieder zusammen. Ich brauche medizinische Versorgung. Oh. Ich fahr' nicht mehr so. Ich fahr' nicht mehr so. Es ist ein Schiff, ich schreit' sogar noch kurz. Ich fahr' nicht mehr so. Ich fahr' nicht mehr so. Das ist ein Schiff. Hey, Mann! Hier ist einer bei mir! Hier ist einer! Hilfe! Maschine! Oh nein nein nein, drei Leute! Oben! Scheiße! Voll bescheuert, echt! Das waren die letzten! Die waren in einer besseren Position! Schade Jungs! In drei Sekunden, den ganzen Raum leer! Der hat nichts mehr! Der hat nichts mehr! Lass mich hoch! Lass mich leben! Ich will! Ich hab den! Das sind zwei Stück! Oh, der kommt hier hoch! Der kommt hier hoch! Töte den! Der andere kommt auch! Oh nein! Ah! Nein! Nein, da hatte ich nur! Boah, wild! Was? Halt auf! Halt auf! Ach, die haben ja alles vermied! Die Schwänze! Irgendwie, finde ich, hängt alles! Und da stirbt keiner mehr! Pass auf, da kommt einer! Tobi! Ah, keine Position gehabt, ey! Alles aufgeachtet! Nimm's einfach mal auf! Nimm's einfach mal auf! Lass ihn mal schießen da drinnen! Lass ihn mal schießen da drinnen! Ah Mann! Lass ihn mal weg vom Dach, bitte! Ich will da nicht mehr runtergehen! Bitte! Ich will nach Hause! Dein Druck mit Glied steigt wieder ein! Gut gemacht! Ey, fick doch mal deine Hurenmutter! Pass auf, Freedom! Nein, nein! Ich glaube... Ja, mein Team ist ein bisschen Sandwich! Dopp, Tobi geht da runter! Da war einer, Tobi! Oh, hier sind Minen drin! Ja, genau! Ich sterbe hier! Kann mich einer beleben? Boah, hier sind Minen! Oh Gott! Der ist drauf, ich töte mich selbst! Warte, ich komme! Ah, der hat mich! Ja, Mann, die sind überall! Tja! Wird geschossen! Irgendwo wird geschossen! Feindliche Drohne über uns! Ich glaube hier... Drücke vor! Ja, Mann! Hier in dem Gebäude fighten! Die lassen wir mal hin! Ich bin alleine, ne? Ich bin alleine, ne? Alle Ziele eliminiert! Du bist alleine! Der Feind springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel achten! Ich komme! So viele down! Ach, Scheiße! Ach, Scheiße! Der Feind setzt eine Konterdrohne ein! Verstärkung ist unterwegs zu dir! Ich bin wieder kaputt gegangen! Ach, Mann! Ach, Mann! Das gibt's da alles hier auch nicht! Was ist das? Feindliche Drohne im Einsatz. gebiet von boden ich brauche mittleres kaliber ein feindlicher trupp hat eine ablenkstation lokalisiert was für ein arsch das ganze spiel ist aber ich glaube nur bei uns dass er viel läuft und mit der schwarz herum ja genau da ist gerade eine waffe gefunden der letzte amerikaner ich bin der letzte und das letzte ich gehe für den drop was soll ich machen oh ne da oben sind die auf dem dach scheiße die daten sicher verfreude haben wir sind drei stück diese chance ist vertan aber die 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 ich würde es uns dann noch sagen stark da waren halt eben welche auf dem dach nein hinter mir irgendwo was das ist genau so aus wie du Ich komm nicht mehr klar hier Die sind alle ProGamer, wo ich nur auf alles spreche Das sind alles kleine Mama saugende Wichskinder Die mussten eigentlich schon schlafen, Alter Die sind Wichskinder, ne, die haben jetzt Ferien, Alter So ist das, ne Ich steh' denen gar nix Geht mal arbeiten Geht mal arbeiten, ihr Penner So ist, Alter, über mir sind so viele Boah, überall, ich wurde schon Bei dem falschen abgeholt Alter, überall, ey, Alter, mit der Arsch Das Spiel macht Spaß, hab ich dir gesagt Boah, aber ihr seid alle noch gut gestorben, ne? Ja, echt, Alter Muss man ja auch mal sagen Ja, musst du auch erstmal schaffen Legst du einfach zwischen den Dinger Wohin? Hier, nach links Hier? Keine Ahnung, ist auch nicht ein Schneiptisch gerät Boah, weiß ich nicht Boah, Alter, was, direkt Von wo? Vom Berg? Vom Hügel gegenüber? Ja, die sind sogar im Snipen Ja Haben die gesehen, dass du hier reingekommen bist? Ich weiß nicht Ich hab keine Money Ja, manche auch nicht Ja, manche auch nicht Das gab's mehr mit dir Ich brauche ihn doch nicht, Alter Über uns sind welche, ne? Vergiss das nicht Ich werde ihn doch laws ich werde ihn doch sean ить oder ja Das war's. Was? Hast du ein bisschen Money? Ähm, was brauchst du? Nee, ich hab gar nichts. Ich hab nichts auf Taschen. Okay, egal. Scheiße. Wir müssen gucken, dass wir die... Das müssen wir halten hier. Ich hab keine Maske. Ja, was? Draußen? Draußen? Ich hab eigentlich einen Block. Der war von deiner Seite. Ich hab zwei kaputt geboxt. Ich hab keine Maske und hier liegt keine Maske. Ich bin gefickt. Ich hab auch nicht. Ich hab zwei noch kaputt geschmackt. So ist scheiße. Ich dachte ich hatte ne Maske. Ah, ne. Ich will dann keinen, dass ne Kontadrohne an ist. Ich konnte gar nichts gesehen. Ach, ach. Ach, schade. Hier vorne. Kontakt. Ein Feind. Ich glaub links von uns sind auch welche. Markiere Feind. Ja, ja. Da im Shop. Was scheint mir mit dem Bogen getraut sind. Wir sind wieder im Spiel Jungs. Wir sind wieder dabei. Wir sind in feindlichen Netzwerkeindrücken. Ihre Ablinkstationen finden und ihre Daten herunterladen, bevor sie uns aussperren. Oh ne Drohne, alter. Correct. Ich geh mal ne Plattenkiste hin. Leiderhöhnen. Oh, ich werd beschossen. Wer? Von wo? Weiß ich nicht. Oh, ich auch. Ah, da vorne irgendwo. Ich hab einen noch. Irgendwo da. In der Richtung. In der Richtung. Oh. Ich werd schon gern für den Lodi gehen. Ich hab schon dran gewesen. Da ist keiner. Ah doch, da sind der schon. Oh, oh. Oh, da sind welche, ja? Jo, ich kann die flanken Lass die fighten, lass die fighten Die wissen nicht, dass ich hinter denen bin Einer noch Der andere ist auch da Auch noch Ich empfehle euch, die Sicherheitszone aufzusuchen Sehr gut Das ist ja keiner Monika ist hier oben Ah, okay, die ist unten drunter Da ist jemand runtergegangen Hinter uns müsste eigentlich safe sein, oder? Ja, eigentlich schon Ich geh auf den Turm Irgendwo wird da geschossen, ne? Da vorne Ja Ich bin oben, hier drauf Ich bin oben, hier drauf Schleifende Alter, wir haben hier da hinten den übelsten Sniperino am Start, Junge, geil Oh, da ist einer Da kommt einer Jetzt ist er weg Da kommt noch einer Der hat mich Der ist fast tot Ja, Tobi, rechts dahinter Ja, haben wir Alter Hier unten ist auch noch einer Hier kommt einer von dem Berg Wo? Da, wo Schins liegen Hier irgendwo einer unten oder so Äh, da Markiere fein Ist knocked Hier ist noch einer Hier ist noch einer Drücke vor Die Zone kommt von da Von wo denn schießt denn einer? Oh my god Oh my god Wo, wo, wo? Das ist irgendwo am Berg oben, ja, die ganze Zeit Geh ins Wasser Das ist bescheiden Wasser ist immer besser Kommt von hinten Ich mach dir jetzt von hinten mit Herz Feindliche Konterdrohne in der Luft Feindliche Drohne im Einsatzgebiet Feindliche Drohne im Einsatzgebiet Hier markiert Ich hab einen Ich hab einen knocked Das war's Scheiß Scheiße Oh nein, Leute Oh, die Zone Nein Ich weiß nicht, dass du da bist Du weißt nicht, dass du da bist Vielleicht von dir sind wir Ich hab auch einfach nichts verstanden Boah, Sacken, die wissen nix von dir, oder? Rechts von dir sind auf jeden Fall welche, viele Oh, meiner auf dem Dach auch Ich bin seitdem Steps Ah, links! Da auf dem Dach ist auch einer Nein Nein Oh, Scheiße Und Aber wir kommen zurück.